Auch wenn TV-Star Judith Williams aus dem deutschen Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken ist, so hält sie ihre Familie doch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Pünktlich zum Jahresanfang macht Judith da aber eine Ausnahme und veröffentlicht ein Foto mit echtem Seltenheitswert. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die 48-Jährige jetzt fast mit ihrer gesamten Patchwork-Familie. Zusammen mit ihrem Mann Alexander Klaus Stecher und ihren beiden gemeinsamen Töchtern Sophia und Angelina ist diesmal auch einer der Söhne aus Stechers erster Ehe mit von der Partie. Vor malerischer Kulisse macht die Familie einen gemeinsamen Ausflug und scheint sich rundum wohl zu fühlen. Obwohl Judith Williams nicht nur TV-Star ist, sondern nebenbei auch noch als Unternehmerin ihrer eigenen Kosmetikfirma tätig ist, nimmt sie sich trotzdem viel Zeit für ihre Familie. Bei einer sechsköpfigen Patchwork-Family ist das bestimmt nicht immer leicht. Umso schöner nun fast den gesamten Williams-Stecher-Clan in trauter Einheit zusammenzusehen.